ja hallo zusammen da bin ich wieder mit einem let's play zu command and conquer armstuf rot 1 gegenschlag auf seiten der alliierten remastert ganz genau leute und wir fahren beim letzten mal hier vor der allerletzten mission der alliierten vom gegenschlag szenario dann würde ich mal sagen gehen wir das mal in angriff die allerletzte mission beziehungsweise von der ersten seite es gibt ja vier also ist erst ein viertel des spiels vorbei eine cutscene cool jetzt werden immer rücksichtsloser nicht genug damit dass sie unsere kampf ciborgs auf jede nur erdenkliche weise ausschalten wir sind auch so skrupellos opfer unter der zivilbevölkerung in kauf zu nehmen und jetzt kommt ein sowjetischer konvoi mit einer menge hydrauliköl durch unser einsatzgebiet ich will dass sie diesen verdammten konvoi aufspüren und ausschalten und ich will dass sie die raffinerie finden und ausschalten in der das verdammte Öl hergestellt wird können sie sich das merken und die werden sie alle zivilisten die sich im kampfgebiet auf immer drin denken wir sind die Uhr oh übrigens um ich bin sehr gut willkommen in griechenland du brauchst es dich nicht mehr vorstellen man aber habe ich jetzt die allererste verstärkungen sind scheiße ich habe die allererste mission shit ja kein wunder dass er die cutscene nochmal kam hier mann molekulare kriegsführung aber cool die erste cutscene nochmal zu sehen shit ich habe die erste mission geladen ich dachte schon hä hä warum kommt jetzt die gleiche nochmal das sieht schon besser aus geheim befehl 24h oh mein gott die sowjets entwickeln an einem neuen panzer der schockwellen durch das ganze gebiet schickt und alles zerstört müssen die entwicklung dieser waffe stoppen schleusen sie ihren spion in alle noch drei sowjetischen technologie zentren ein um die position der fernlinks station des panzers aufzudecken zerstören sie diese station dadurch wird die produktion der panzer unterbrochen sodass sie die anlage zerstören können oh mein gott okay die sowjetischen panzer werden durch den eiserne vorhang geschützt sie müssen ihn also unbedingt zerstören ach du heilige leute was ist das denn hier wir haben schon eine basis das heißt dass wir gleich einen heftigen angriff kommen wir haben schon eine vorgefertigte basis leute das wird heftig gut leute letzte mission des etrons ach du scheiße leute gut bauen wir direkt einen zweiten sammler so äh energie ja dann wird's so was haben wir hier da sind wieder diese mammutpanzer von letztem mal ja ja ich merke schon gut technologie ah nein noch eine energie am besten erstmal und mach mal die spielgeschwindigkeit wieder normal hier so so liebe leute letzte mission oh mein gott zumindest von den alliierten jetzt mal da kommen schon zwei panzer der sack hier da kommt er schon mit zwei panzern angeschissen ja ja russe ja ja ach du scheiße äh gut das schafft der turm nicht ne shit man boah eiserner vorhang noch da drauf oh mein gott ja gut das ist sinnlos gegen die mit dem eisernen vorhang zu kämpfen ist das sinnlos dann bewegt euch einfach und so und drauf schießen los was zur das sind die panzer leute das sind die panzer das sind die panzer die machen nach und nach alles platt hier so wie kirchenmucke erstmal so wir haben tatsächlich äh was wollte ich gerade sagen wir müssen uns ver wir können helipots bauen oh mein gott äh wir haben tatsächlich hier die panzer und was wollte ich denn sagen verdammt nochmal die kirchenmucke haben wir auch hier gottes segen aber wir können wieder nicht die ganze karte sehen das ist kacke das ist richtig kacke leute oi 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 was versucht dann da mit hunden was geht was ach 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 verdammt die chronosphäre ja gut die habe ich aber eh nicht gebraucht die die habe ich aber eh nicht benutzt ne die chronosphäre die brauche ich nicht scheiße man ja das ist das halt wenn äh basen schon da sind ne das ist immer scheiße oh wir brauchen silus ja gut dann bau mal äh ja komm so kampfpanzer und artillerien so was haben wir hier ne basis ok ach wieder der stalin im hintergrund ja ja ich merke schon so das kann ich ja verkaufen hier das brauche ich ja nicht es kommt dann noch mit ach 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 du mein gott oh mein gott leute das ist doch nicht wahr bau weiter panzer hier los ich will und dann brauche ich meine flackstellung und die raketen werden wir platt machen los so puh oh mein gott schieß die scheiß mic ab hier los hat er drei hunde äh jo leute würde ich sagen gehen wir das mal weiter in angriff weg damit ne mehr brauche ich eigentlich nicht so der jeep ist platt er hat aber das hier aufgedeckt das schon mal ganz gut ja das mannequin kann man hier ein bisschen weiter scouten ja tag center danke penner brauche ich aber eh nicht also die sachen brauche ich nicht die schlucken nur unnötig energie natürlich genau dann wenn ich kein geld mehr hab na klar oh edelsteine leute oh mein gott das ist ja geil gut reparieren sammelt klaut euch die edelsteine da unten och nö hubschrauber ja gut egal ich will ach du scheiße was soll das denn werden nein ach du kacke sammelt euch einfach die edelsteine ein um oder das war eine scheißidee ne das war eine richtig scheißidee ja verdammt äh Leute wisst ihr was wenn ihr jetzt mir den sammler noch abschießt ne ok das war eine scheißidee soll ich es jetzt nochmal neu laden ne quatsch ach das ist so bescheuert ja natürlich hör mal auf mach mal einen neuen sammler hier los neuen sammler und du bleibst mal bitte du bleibst mal bitte hier oben verdammt nochmal ey so mach den kaputt boah die panzer ne die sind so übel schaut euch die an die machen alles platt wie ihr seht äh gut die edelscheine sollte ich lieber in Ruhe lassen shit und du sammler bitte auch hier hin einheit verloren ja der ist schon weg melde mich wie befestigt melde mich wie befestigt du nervst mit deinem scheiß wirklich nervt doch nicht so einfach überall Wasser drüber gießen wird repariert so was hat er da ein panzer und raketenwerfer einheit repariert puh okay ne gut äh dann wird repariert was ist denn da draußen wieder los die brüllen da wieder rum ich war schon kurz im überlegen ob ich das ob ich das vielleicht nochmal laden laden soll aber ach du scheiße das kann doch nicht wahr sein jetzt hör auf blöder Russe hier ja mach mir doch alles platt mach die Drecksdinger weg ey ja mach mir doch alles platt Moment ihr könnt doch mal diese Patrouille hier platt machen oder mach die mal platt so dann fahrt die halt platt das ist unglaublich so ja gut alles klar ich muss mich verteidigen ich muss mich wieder verteidigen brauchen wir schon wieder Silos was na gut na dann reparier die mal ach Gott die Panzer ey ich muss meine Hubschrauber auch reparieren weil bevor die gleich drauf gehen wegen der Kacke so Leute äh jo dann alles reparieren schön die Hubschrauber bitte so Hubschrauber bitte reparieren und ich baue da jetzt einen Bunker hin also so langsam nervt das langsam nervt das echt der hat seine eigene Platt gemacht wie geil gut alles klar cool der hat seine eigene Einheit platt gemacht oh mein Gott wie blöd muss man sein ja wirklich Leute soll der den Hubschrauber noch bitte gestoppt ich muss den Hubschrauber noch reparieren wird repariert damit er nicht drauf geht in Ordnung ich hätte so gern die Edelsteine hier ne aber das ist doof da hat er schon wieder eine neue Patronie was soll das denn wird gebaut bestätigt in Ordnung macht die platt in Ordnung in Ordnung so überfahrt die in Ordnung bestätigt so alles klar Leute dann weiter aufbauen beziehungsweise verteidigen Einheit bereit jawohl Sir die bevorstehende Evasion eines MAD Panzers die MAD Panzer Leute das sind die Dinger hier die sehen eigentlich anders aus aber jetzt haben sie halt die Form eines MAD Panzers ja das ist interessant gut da versucht das wieder oder ja mit einem einer geht Leute äh aber was mir noch aufgefallen ist beim letzten Mal ich habe ein Video mir angeschaut und schaut mal hier Leute dass der Hubschrauber oh scheiße der Hubschrauber ne der deckt nicht die Karte auf ich dachte der deckt die Karte auf was soll das denn das Video war ja reine Verarsche aber gut dass die Russen Panzer auch beschädigt werden durch den Scheiß so Leute oh Mann ich habe wieder kein Geld was soll das denn wo ist mein zweiter Sammler hat er mir wieder ein Sammler weggehauen ach dieser Penner ernsthaft oh dann reparier halt alles der Penner hat mir wieder einen Sammler weggehauen der Sack so alles reparieren das reicht doch nicht mal für die Reparatur ach du Kacke so Leute äh dann alle Einheiten reparieren ach du Scheiße ja das ist schon übel die Explosionen von den Dingern sind schon übel ja muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen alles klar Leute dann gehen wir das nochmal an hier diese Drecksdinger ne ja ich kann nichts machen im Moment ich brauche wieder einen zweiten Sammler eigentlich aber ich muss die Einheit noch reparieren bevor die gleich wieder drauf gehen hier melde mich wie befohlen mit einem Sammler ist das ganze echt Kacke die Kohle ist schon wieder weg das ist unfassbar und sonst Leute geht es euch gut mir geht es sehr gut wie gesagt ich nehme es nach wie vor diesen Sonntagabend auf hier äh und ach schaut mal da die Flammentürme werden auch zerstört das ist cool gut Leute dann würde ich sagen das speichere ich aber dennoch mal Mission 17 add on und jo genau dann würde ich sagen gehen wir das nochmal hier in Angriff ich hoffe dass wir es vielleicht sogar schaffen können bin mir aber nicht sicher bin mir aber echt nicht sicher Leute da versucht das wieder ich habe da Bunker und Artillerie stehen Leute kannst du vergessen die Kohle reicht immer noch nicht was soll denn das verdammt was soll denn das die Raffinerie ist auch wieder sehr geil gesetzt das ist ja ja müssen wir halt uns Geduld üben ist manchmal so gut Leute dann haben wir gleich den zweiten Sammler und dann repariere ich die Kacke nochmal fertig und dann der frisst uns viel Reparaturen so zweite Sammler ist durch sehr sehr gut geh direkt sammeln den werde ich mal nehmen zur Erkundung tatsächlich aber vielleicht ist hier ja noch irgendwas muss man ja muss man ja gucken so ich muss die Einheiten reparieren Leute brauche ich gleich noch meinen vierten Hubschrauber da ist ein MND Panzer da habt ihr ihn mal gesehen Leute den scheiße ich habe meine Hubschrauber wieder nicht mehr ach Gott ach der Sammler ist aber auch weg gleich er macht ihn platt macht ihm sein Sammler platt ganz genau geil ha zack Leute ja natürlich das kommt doch mit einem Manneken hier an so so Leute ich habe ihm auf jeden Fall einen Sammler geklaut äh jo mal gucken was das jetzt gebracht hat hier auf jeden Fall sind die Flammentürme da weg ist da auch schon mal cool in Ordnung so dann macht er ein Männchen platt hier ey so ich brauche neue Hubschrauber oh man da habt ihr mal eben den MND Panzer gesehen Leute der sieht nämlich anders aus als diese Mammut Panzer boah wieder alles halb kaputt ich weiß gar nicht ob ich die Einheiten reparieren soll weil das kostet doch nur wieder eine Menge an Kohle hier ja pfff kümmere dich nicht um die ey bestätigt da laufen zwei Tesla Manneken rum gut dann probiere ich mal dass ich hier die Waffefabrik platt machen kann vielleicht also ich habe ja hier die die Krono-Panzer und naaaaaah Mammut Panzer shit mein Mammut Panzer ah verdammt was ist das denn hier? da ist was eh sandsäcke mäßig da ist und da sinds shit scheiße was? Spielladen Oder wisst ihr was? Nö Oder doch, kommt, Spielladen, Leute Ich will jetzt nicht nochmal von vorne machen Weil dann 17 Minuten verloren werden Da kamen nämlich zwei Tesla-Maniken an, ey, das ist doch Wobei das jetzt hier eigentlich auch Suboptimal ist Gut, Leute, ich muss es nochmal Neustarten Shit, ja, das ist Das ist die Scheiße, wenn man schon Vorgefertigte Sachen hier hat Die Angriffe sind Heftig, Leute Gut, äh, gut, dann direkt Es steht ja schon alles, ne Es steht ja schon alles Und dann werde ich jetzt die Ressourcen Mal ein bisschen besser nutzen Sprich, äh Ja, direkt einen zweiten Sammler bauen Und keine Chronosphäre Und nix Oder wisst ihr was? Nö Das ist wieder meine Master-Taktik hier Ich werde Gummipanzer bauen Ich werde einfach Gummipanzer bauen Ich meine Warum denn nicht? Die Lass ich mal da stehen Die Chronosphäre Und dann werde ich einen Bunker hier bauen Dann sind da die beiden Panzer Die machen beide Türme platt, ne? Oder auch nicht, ne? Das ist gut Okay, dann stelle ich da einen Bunker hin Och Dreckseiserner Vorhang Verdammt Der macht die Flak wieder im Arsch Der hat, der hasst meine Flaks Der Gegner hasst meine Flaks, ey Boah Einheit verloren Da war wieder so ein Scheißding Tatsächlich, ey, Leute Gut, wir müssen auf jeden Fall das verhindern, Leute Wir müssen auf jeden Fall, äh, die MAD-Panzer erledigen So, Sammler, sammeln mal da hinten, bitte Gut, Türme Und am besten jede Menge Gummipanzer So, liebe Leute Gut, dann geben wir das noch mal in Angriff Ich möchte heute so ein bisschen Fortschritt haben hier Jeep, du kannst noch mal hier unten gehen fahren Anni, da unten steht ja eine Tesla-Spule, ne? Dann erkunde halt einfach so Ganz genau so Mein Bunker Ha, seht ihr das? Jetzt kann er mich damit nicht mehr abfacken Ja Och, da kommen wieder die beiden Panzer, ne? Beschädige den mal So Chronosphäre, Leute Wir können eine Chronosphäre einsetzen Mit einer Einheit Das mach ich auch gleich mal Damit ihr das mal seht Aber erst, wenn ich hier alles sehe Vorstehende Detonation eines MAD-Panzers Gut, ich werde keine Hubschrauber, kein gar nichts bauen Kann ich die irgendwie aufhalten? Kann ich die aufhalten? Vorstehende Detonation Oh, fahr den doch platt Die sind so dumm manchmal, diese Einheiten hier, ey Fahr das Manneken jetzt mal platt Ach dann, keine Ahnung Ach du Heilige Ja, okay Stell den Kronepanzer da ab Soll's So Oh, Kraftwerk Oh, kein Geld Wieso hab ich denn kein Geld? Oh, das ist jetzt schlecht, Leute Brech mal den Gummipanzer ab, bitte So Alles klar Ja, cool Kann man die vielleicht dran hindern? Oder Moment Hol den mal nach Hause Und Den wir schicken Den mal hier unten hin Weil die Die stellen sich ja immer hier hin, ne Die Teile Gucken wir mal, ob das klappt So Gut Was zur Hölle? Ach ja, die Kunden Shit Das war's da mit dem Zeigen Scheiße Ich wollte es eigentlich noch mal euch zeigen Aber Ist okay Ist in Ordnung Bau einfach Gummipanzer Ich wollte es euch eigentlich hier mit diesem Jeep hier zeigen Aber Ja, gut Der Effekt ist der gleiche wie mit dem Kronepanzer So Äh, jo Der Sammler Der Sammler Moment Kronepanzer Geh mal bitte auf den Sammler So Der andere Auch Wo ist denn der andere? Ach, der andere ist hier unten, ne Der kämpft hier wieder gegen Nachmenikin So, zack So Zum Glück hat man hier so eine Eingreiftruppe So eine schnelle Ah, verdammt Das ist die Tesla-Spule Ja Tch Egal Warte, wir haben das Ding erstmal Mission 17 It on Es sind mehr Missionen Auch, ja So, gut Der andere geht da hin Ja, sehr, sehr gut Leute Wir haben eine Gummipanzerarmee Das ist schon mal echt hilfreich Nimm mal einen Gummipanzer Und erkunde mal hier Ha Ja, das soll er mal versuchen Gut, Leute Dann haben wir hier auch eine Tesla-Spule, ne Ja Ha Raus da So Tesla-Manneken In Ordnung In Ordnung Zwei Hubschrauber Ja gut, aber die Hubschrauber, die sind Ah, doch War die ohne platt Was Verloren In Ordnung Was So Ach, verdammt Diese dummen Tesla-Manneken Eh, wirklich, Leute Verdammt So Verdammt Okay, ein Tesla-Manneken Ah Verdammt Einmal Bunker bitte Hier oben hin Für diese Drecks-Tesla-Manneken Ja, zumindest ist jetzt Der eine Kronopanzer ist jetzt weg, ne Ach, Leute Das kann doch jetzt nicht wahr sein Mach den kaputt, bitte So Sehr gut Die Nerven So Aber immerhin Können wir das Verteidigen hier Zwei Raketenwerfer Der eine Gummipanzer kriegt die hin Ein Gummipanzer kriegt zwei Raketenwerfer Bestätigt Weil die nämlich immer schön daneben schießen So Seht ihr das? Der Gummipanzer schafft die Ha, geil Ach, ich liebe meine Gummipanzer In Ordnung Die sind so geil Bestätigt Wird repariert Die sind halt einfach schön schnell Einheit bereit Die sind einfach so zum Spammen Diese Gummipanzer einhalten Oh Gott Okay Panzer kommen wir runter Kommt der denn her Hüff Okay Einmal schlecht Ich habe nicht gewusst, dass ich noch so einen habe Na gut Gut Kronopanzer habe ich leider keine mehr Die wurden beide von dem Kaktesla-Manikon platt gemacht Aber ist okay Gut, Leute Da kommen wieder zwei Tesla-Manikon Ich brauche vielleicht noch ein bisschen Artillerie, oder? Für die Dinger Na gut, ist egal Leute Ich muss mal sagen Ich speichere das Ding Mission 17 Und roll mal los, oder? Ja, roll mal hier hin So Gummipanzer Schön Alle platt fahren direkt So Sehr, sehr schön Das wieder die Bomber Ja gut Das hat da noch einen Schaden gemacht Okay Heißer einen Vorhang raus da Trinkt nix Einfach den Sammlerplatt machen Hier, los Kaputt Sehr geil Da sind diese drei Fünf Tesla-Manikon Die machen mir meine ganze Ein-Ami-Kaputt, ne? Diese Drecks-Tesla-Manikon Die machen mir meine ganze Armee im Arsch Diese Drecks-Manikon So Da hat er wieder nachgebaut Ich glaub's nicht Er hat nachgebaut Der Penner Der Sack, ey Egal Das kriegen wir schon hin Hier, los So Reinfahren und den Bauhof platt machen Wo ist der Bauhof hier? Ach Der hat wieder Tesla-Spulen nachgebaut Tesla-Spulen nachgebaut Ey, der Sack, ey So Wo ist der Bauhof? Uff Das war ein MED-Panzer Oh mein Gott So Alles klar Das war schon mal der erste Angriff Das ist schon mal cool Ich sag, der ist fast down, ne? Oh, Tesla-Manikon Hau bloß ab, ey Ich sag dir Hau bloß ab, du blödes Ding Einheit verloren Wird repariert Was? Ja, schön Wasser drüber gießen So Und abhauen Ja, sehr gut So, Leute Dann alle reparieren Den auch bitte Und Sammler bleibt mal hier kommen Sammeln wir den Rest ein Gut, Leute Da haben wir den Russen schon mal geschwächt Zumindest ein bisschen Ja, der baut natürlich hier jetzt wieder die Tesla-Spulen auf Das ist so dreist Boah, das ist so heftig So eine Drecks-Tesla-Manikon Die kann man ja auch nicht überfahren Ne? Die kann man ja auch nicht überfahren Das ist das Dumme So, Leute Gut Der kann dann wieder mit hier hinten sammeln Ach, wie die geile Mucke So eine Lieblingsmucke auf der Playstation Ja Da war noch ein Gummipanzer Und jo, Leute Dann würde ich sagen Speicher ich das Ding jetzt mal Und wenn euch diese Folge gefallen hat Liebe Leute Lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da Würde mich sehr freuen Und jo Da würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend Oder schönen Tag Ne? Tschü tschü